Herzlich willkommen zum dritten Video zum Ferialpraktikum. Diesmal geht es um Korrelation und Regression. Ich fange hier mal mit einem anderen Datensatz an. Das ist ein Beispieldatensatz, der enthalten ist direkt in CODAP. Der heißt Grundschule in NRW. Sie sehen schon, das sind eine ganze Menge mehr Fälle. Und hier können wir untersuchen diesen Zusammenhang zwischen Körper und Schuhgröße. Ich ziehe mal hier die Schuhgröße mal erstmal auf die X-Achse. Da sehen Sie, das sieht wunderbar annähernd normal verteilt aus. Jetzt mache ich das selber auch nochmal für die Körpergröße. Das schaut auch annähernd normal verteilt aus. Gut, da sind jetzt, was einem noch auffällt, gewisse Zellen hier leer. Das heißt, es haben nicht immer alle Schüler beides beantwortet. Da ist aber CODAP und da ist auch Excel so schlau, das dann einfach zu ignorieren. Und wenn man sich Korrelationen anguckt, die tatsächlich nur auf Basis der Daten zu bestimmen, auf Basis der Datensätze, wo wir einen Wert für Körpergröße und für Schuhgröße haben. Also jetzt ziehe ich die Schuhgröße mal hier als abhängige Variable hin. Und da sieht man schon dieses Bild mit diesem schiefen Ei. Das weist eigentlich auf einen relativ starken, jedenfalls mittleren Zusammenhang hin. Und ich könnte jetzt hier wieder diese Linie der kleinsten Quadrate anzeigen lassen. Und da sehe ich, da habe ich ein Bestimmtheitsmaß von 43,6%. Also 43,6% der Varianz in der Schuhgröße lassen sich statistisch erklären durch die Varianz in der Körpergröße. Jetzt fehlt uns da allerdings noch der P-Wert. Den können wir jetzt direkt auf Basis dieses Bestimmtheitsmaßes errechnen in Excel. Aber wir müssen ja auch noch gucken, wie viele Fälle das sind und so weiter. Deswegen habe ich mal den ganzen Datensatz. Den kann man nämlich auch exportieren. Wenn man hier draufklickt, kann man hier sagen, Falldaten exportieren. Und dann kann ich die wieder in Excel einbinden. Das habe ich schon gemacht. Das ist für Sie auch vorbereitet wieder. AS 05 Video 3 Grundschulen Vorlage. So, jetzt, was ich noch gemacht habe, ich bin dann hier hingegangen und habe wieder gesagt, Daten filtern. Und habe jeweils alle leeren Zeilen hier ausblenden lassen. Und habe hier auch alle leeren Zeilen ausblenden lassen. Und habe das dann auf das zweite Tabellenblatt rüber kopiert, damit es mir dann nachher leichter fällt, die Anzahl der Daten zu bestimmen. Weil wenn hier irgendwo leere sind, werden die in der Korrelation eher dem nicht berücksichtigt. Ihr hättet jetzt auch alles wieder direkt hier neben machen können. Aber ich habe es eben mal in die zweite Tabelle kopiert. Hier sind also die Werte. Jetzt brauchen wir erstmal den Korrelationskoeffizienten. Daraus können wir dann das Bestimmtheitsmaß ermitteln. Und dann können wir sagen, was ist n? Also die Anzahl der Daten müssen wir ermitteln. Das können wir einfach ablesen. Und dann den T-Wert errechnen mit dieser Formel, wie sie in ihrem Text drin steht. Und dann den P-Wert berechnen, ebenfalls mit dieser Excel-Formel, die in ihrem Text drin steht. So, jetzt fangen wir an mit der Korrelation. Da tippt man ein, ist gleich Corell mit zwei R und einem L. Die erste Matrix, das sind die X-Werte. Da müssen wir hier runterziehen, runterziehen. Sie sehen, das sind eine ganze Menge Daten. Schwuppdiwuppdiwuppdiwuppdiwuppdiwuppdiwuppdiwuppdiwuppdiwuppdiwuppdiwupp, immer noch Daten, 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 also bis 570 müssen wir da heruntergehen und jetzt bin ich mal faul und schreibe dann direkt die andere Matrix daneben, die geht dann von C2 bis C570, das ziehe ich jetzt nicht wieder, das geht dann manchmal mit Eintippen ehedem schneller. Ja, so und jetzt haben wir hier schon den Korrelationskoeffizienten stehen, jetzt können wir hier wieder schreiben, ist gleich F2 zum Quadrat, dann haben wir auch das Bestimmtheitsmaß, das ist eher so auch zum Vergleichszweck, außerdem brauchen wir das gleich für die Berechnung, haben wir hier wieder diese 43,6% Varianzaufklärung, die wir auch gerade schon in Code abgesehen haben. So, jetzt N, ich bin runtergegangen bis Zeile 570, in Zeile 1 stehen die Überschriften, also habe ich hier 569 Daten und jetzt muss ich wieder, ja jetzt geht es wieder los, Formeln, nicht die Klammern vergessen, also das hier, diese Formel soll ich hier schreiben für den T-Wert, das ist also ist gleich, Klammer auf, R, das steht hier oben, mal Wurzel aus, ja was eigentlich, N minus 2, Klammer zu, Klammer zu, Klammer zu, Klammer zu und das Ganze geteilt durch wieder die Wurzel aus, Klammer auf, 1 minus und dann das R-Quadrat, Klammer zu, das müsste eigentlich reichen, Klammer ist wieder schwarz, also Return, da komme ich auf einen T-Wert von 20,9, das sieht schon ganz schön groß aus, soll ich das mal vergleichen mit dem anderen T-Testbeispiel, das wir hatten und hier müsste ich jetzt wieder gucken, T-Verteilung rechtzeitig und dann Absolutbetrag von X, das kann ich mir eigentlich sprahen, weil 20,9 ist schon positiv und dann die Freiheitsgrade, Freiheitsgrade ist in diesem Fall N minus 2, also schreiben wir mal hin, T.fert.re, Klammer auf, der Absolutwert hiervon, Abs brauchen wir nicht, weil das ist schon positiv, Semikolon, Freiheitsgrade stehen hier, minus 2, Klammer zu, ja, ui, schauen Sie mal, 7,85 e minus 73, das heißt 8 mal 10 hoch minus 73, Es hätte uns schon gereicht, dass das kleiner als 0,05 ist, es gibt also einen hochsignifikanten Zusammenhang, dass dieser Zusammenhang zufällig ist, ist nahezu ausgeschlossen, das heißt nicht unbedingt, dass er stark oder schwach ist, wir haben hier wieder den Korrelationskoeffizient 0,66, das ist schon relativ stark, aber damit sind immer noch nur 43, 44% der Varianz aufgeklärt. Theoretisch läuft der Korrelationskoeffizient ja bis plus 1, perfekt auf einer Gerade ist das immer noch nicht, aber dieser starke, relativ starke Zusammenhang ist auf jeden Fall auch signifikant. Gut, jetzt müssen wir uns das zweite Beispiel anschauen, mit unseren eigenen Daten, wo es um Rangkorrelationen geht. Ich gehe dazu nochmal wieder ins CODAP zurück, das haben Sie vorhin schon mal gesehen, wenn wir so tun, als wären die Komplexitätsbereiche metrisch, dann würde sich dieses Bild ergeben und ich könnte jetzt in CODAP auch wieder, der ist da ganz schmerzfrei, die Linie der kleinsten Quadrate einzeichnen, macht nicht viel Sinn, aber sie würde hier sinken, das würde ja passen, also je höher der Komplexitätsbereich, desto niedriger die Lösungshäufigkeit. Was ich aber eigentlich machen müsste, wäre entweder das hier unten kategorial behandeln, dann könnte ich mir hier wieder die, meinetwegen die arithmetischen Mittel und die Standardabweichung anzeigen und dann sieht man schon, das geht hier eher runter und dann aber wieder ein Stückchen rauf, beziehungsweise ob dieser Mittelwertunterschied überhaupt relevant ist oder ob überhaupt die Mittelwertunterschiede relevant sind, ist noch fraglich. Die andere Möglichkeit ist jetzt zu sagen, naja, wir schauen mal, wenn wir mal sagen, 1, 2, 3 sind zumindest Ränge der Schwierigkeit, korreliert das dann mit den Rängen der Aufgaben. Ja, und das müssten wir jetzt in Excel, müssen wir die Ränge bestimmen und wenn wir die bestimmt haben, können wir die Korrelation dann nachher wieder ganz genau so machen, sind genau dieselben Formeln, wie in dem Tabellenblatt vorhin. Also schauen wir mal wieder ins Excel rein. Ich habe da hier auch schon wieder ein bisschen was vorbereitet. Hier sollen die rohen Werte von dem k-Stern rein, also immer dieses 1, 2, 3. Hier sollen die rohen Werte der Lösungshäufigkeiten rein und daneben immer die Rangplätze. Ich hole mir das hier wieder aus unserer Master-Tabelle Zwischenstand. Zunächst die Ks, die K-Stern, die stehen hier hinten. Jupp, 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 jupp. So, Steuerung C. Und hier wieder einfügen, allerdings nur die Werte. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 und so weiter. Und dann diese Lösungshäufigkeiten, die brauchen wir auch hier runter. Ctrl-Kopieren und hier einfügen. So, wie kriegt man jetzt die Ränge? Wir brauchen da die mittleren Ränge. Das macht man in Excel so. Wo ist gleich Rang, Punkt, Mittel, W, Klammer auf. Jetzt sagt er, er braucht eine Zahl. Das ist immer die Zahl, die hier direkt daneben steht. Er braucht einen Bezug. Das ist, wo soll er nach den Rangplätzen suchen. Das ist hier dieser ganze Bereich. So, jetzt müssen wir hier eins noch ändern. Der soll nicht immer zwischen 3 und 50 suchen. Also setzen wir hier mal so 2 Dollar-Zeichen herein. Damit das, wenn wir das eine Zeile runterkopieren, bleibt dann da immer 53 stehen und ändert sich nicht in 54. Das ist wichtig. So, letzte Frage ist, soll das aufsteigend oder absteigend sortiert werden? Wir sortieren das mal von womöglich leicht nach womöglich schwer. Das wäre also aufsteigend in diesem Fall. Jetzt drücke ich hier mal Return. Dann habe ich das hier drin stehen. Wenn ich es jetzt richtig gemacht habe, kann ich die Formel hier einfach runterziehen. Habe ich richtig gemacht? Warum? Es gibt immer genau diese drei Ränge. Der niedrigste Rang ist 8,5. Der mittlere Rang ist 24,5. Der größte Rang ist 40,5. So, das geht immer so weiter, weil wir haben ja nur drei verschiedene Ausprägungen. Also haben wir auch nur drei Rangplätze. So, jetzt bei den Lösungshäufigkeiten funktioniert das genauso. Und weil ich die Formel schön geschrieben habe, kann ich die jetzt tatsächlich auch hier reinkopieren. Das ist also der 41. Rang. Fast kann ich sie reinkopieren, weil da sind ja jetzt die Schwierigkeiten drin, beziehungsweise die Lösungshäufigkeiten. Und da ist es vielleicht besser, ich sortiere die in absteigender Reihenfolge, damit wieder das leichteste Beispiel die Nummer 1 hat. Und das schwerste Beispiel theoretisch dann die Nummer 48. Also da sitzt jetzt die 0 ein. So, dann sehe ich, das hier ist das 8 leichteste Beispiel. Jetzt ziehe ich das hier runter. Und dann habe ich die Plätze. Auch da sehe ich, hier steht zum Beispiel 17,5. Das heißt, die beiden Beispiele sieht man hier auch schön. Die haben genau dieselbe Lösungshäufigkeit. Deswegen landen die wieder auf demselben Rang. Habe also auch hier gebundene Ränge. So, jetzt geht die Korrelation eigentlich wieder H, genauso wie in dem Beispiel vorhin. Deswegen machen wir das hier vielleicht mal etwas schneller. Ist gleich Corell. Schon wieder schreibt das falsch. Corell, dieser Datensatz. Semikolon. Dieser Datensatz. Klammer zu. So, die anderen Werte. Das mache ich jetzt mal ein bisschen schneller. So. Also, was haben wir jetzt für einen P-Wert? 0,055. Knapp vorbei ist auch daneben. Wir haben Signifikanzniveau von 0,05 festgelegt. Und damit wäre der Zusammenhang schwach nicht signifikant. Das könnte also Zufall sein. Man muss auch bedenken, wir haben hier 0,233 als Korrelationskoeffizient. Das ist ohnehin eher schwacher Zusammenhang. Bestimmtheitsmaß dürfen wir hier nicht interpretieren als aufgeklärte Varianz, weil wir nur Ränge miteinander korreliert haben und nicht tatsächlich metrische Daten. So, damit sind wir damit auch am Ende. Das Problem ist jetzt so ein bisschen, dass in den Tabellen, die ich bislang für Sie vorbereitet habe, haben wir eigentlich nur die Lösungshäufigkeit und die Textlänge als metrische Werte und auch keine wirklichen Rangwerte, Ordinalskalen enthalten. Das kommt erst später, wenn Sie da eingeben, zum Beispiel zu welcher Schulstufe gehört das Beispiel oder wenn Sie da eingeben werden, für wie typisch für den Unterricht heißt, halten Sie das Beispiel auf einer Skala von 1 bis 4. Bevor wir die Werte haben, können wir aber da ja noch nichts rechnen. Deswegen gibt es jetzt als interaktive Aufgabe tatsächlich mal nicht die Aufgabe, selber schon was zu rechnen, sondern, dass Sie ein paar Fragen beantworten sollen, die ich Ihnen stelle, die sich genau beziehen auf den Textausschnitt, den Sie bislang gelesen haben. Also auch dabei viel Erfolg! Ja, das war wieder nicht so toll. Sie haben eigentlich nicht wirklich alle Fragen beantwortet. Vielleicht wollen Sie es einfach nochmal probieren. Prima, Sie haben die Fragen alle richtig beantwortet. Herzlichen Glückwunsch! Damit sind Sie mit diesem Video fertig.